Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, jetzt geht es endlich los. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu der heutigen Veranstaltung Precycle Europe, Abfallvermeidung in Kommunen, Handel und Unternehmen. Mein Name ist Sabine Drewes, ich bin bei der Heinrich-Böll-Stiftung Referentin für Kommunalpolitik und Stadtentwicklung. Precycle Europe ist eine Veranstaltung im Rahmen der Europäischen Woche der Abfallvermeidung und die war ja eigentlich schon letzte Woche, aber wir haben die Woche einfach noch einen Tag verlängert, weil das wegen der Anwesenheit unserer europäischen Gäste, die wir heute hier haben, nicht anders möglich war. Und das ist auch das Besondere an unserer Veranstaltung. Wir haben heute hier Gäste eingeladen aus Italien, aus Frankreich und aus Großbritannien. Morgen findet noch ein Workshop statt, auf dem ein europäisches Netzwerk zur Abfallvermeidung gegründet werden soll und da kommen noch mehr Gäste aus noch mehr europäischen Ländern. Emily Florinkowski, die Industrie und Handel über unverpacktes Einkaufen berät, hat die Idee an uns herangetragen, diese Veranstaltung zu machen und wir haben dann gedacht, ja, dann machen wir doch gleich noch eine öffentliche Veranstaltung daraus, damit noch mehr Leute was davon haben und haben das gerne aufgegriffen. Denn das Problem haben wir ja gemeinsam in Europa mit allen Unterschieden, die bestehen. Immer mehr Stoffe werden recycelt, manchmal heißt es aber auch nur, dass der Müll verbrannt wird, aber es funktioniert fast nirgendwo, dass der Abfall tatsächlich vermieden wird und die Stoffmenge, die in den Recyclingkreislauf eingeht, sich verkleinert. Das wäre aber ja eigentlich erst der wirkliche Erfolg einer Kreislaufwirtschaft. Das deutsche Kreislaufwirtschaftsgesetz gibt Abfallvermeidung die oberste Priorität. Es sollen möglichst wenig Reststoffe anfallen, die überhaupt erst recycelt werden müssen. Also sozusagen, das ist dann das Precycling, nicht Recycling, sondern Precycling. Doch die Realität ist noch weit davon entfernt, wie Sie alle wissen. Und wenn Sie sich das Bild da angucken, was wir heute ausgesucht haben, wird Ihnen sicher auffallen, dass damit was nicht stimmt. Das Reduce steht nämlich nicht an erster Stelle. Aber möglicherweise bildet das auch die Realität ganz gut ab. Unsere heutige Veranstaltung ist eine Fortsetzung von der Veranstaltung Null Müll, eine Vision für Kommunen, die letztes Jahr im Frühjahr stattgefunden hat. Und bei Null Müll ging es um ressourcenschonende Perspektiven der kommunalen Abfallwirtschaft, also darum, wie auch deutsche Städte und Landkreise Zero Waste umsitzen können. Abfallvermeidung wurde bei der Veranstaltung als eine große Lücke der deutschen Abfallwirtschaft identifiziert. Deutschland hat ja offiziell eine Recyclingquote von so ungefähr 65 Prozent. Zwei Drittel davon werden aber verbrannt. Und das Aufkommen von Siedlungsabfällen, der sogenannte Hausmüll, liegt seit über zehn Jahren konstant bei 50 Millionen Tonnen jährlich. Es haben sich also eigentlich mehr oder weniger nur die Müllmengen verändert. Weniger Restmüll, mehr gelbe Tonne. Das wird ja häufig dem dualen System angelastet. Aber ob das neue Wirtschaftsgesetz da eine wirkliche Änderung herbeiführt, darf, glaube ich, auch bezweifelt werden. In den 80er Jahren gab es schon eine entwickelte Diskussion über Abfallvermeidung und Mehrwegsysteme, auch in Kommunen, die mit der Einführung des dualen Systems wieder in Vergessenheit geraten ist. Wir möchten uns heute genau auf diesen Aspekt konzentrieren und gehen dafür etwas von der kommunalen Ebene weg. Es geht also um Abfallvermeidung und dabei in erster Linie um die Reduzierung des Verpackungsmülls. Wie sieht Abfallvermeidung in der Praxis aus? Wie können Verpackungen ressourcenschonend hergestellt? Wie können mehr Produkte unverpackt verkauft werden? Welche Anreize und Weichenstellungen braucht die Politik in Deutschland wie auch in Europa, um Precycling zu stärken? Das sind also hier heute unsere Fragestellungen. Ich wollte Ihnen noch kurz etwas über den Ablauf der Veranstaltung sagen. Wir fangen gleich erstmal sozusagen mit den Grundlagen der Abfallvermeidung an. Benjamin Bongart wird eine Bestandsaufnahme zum Thema Abfallvermeidung in Deutschland machen. Emily Florinkowski, die ja eine Unternehmensberaterin zum unverpackten Einkaufen ist, wird einige praktische Beispiele vorstellen, die also sozusagen experimentieren mit dem verpackungslosen Einkauf. Anschließend machen wir zwei Blöcke mit jeweils drei Praxisbeispielen. Die erste Runde heißt Abfallvermeidung in Kommunen. Dort präsentieren sich drei Beispiele lokaler Abfallvermeidungsprojekte, bei denen Kommunen jeweils eine wichtige Rolle gespielt haben. Bei der Initiierung des Netzwerkes, das Spektrum reicht also von Zero Waste Kommunen als Prinzip der kommunalen Abfallwirtschaft bis hin zu einem kommunalen Flaschenmehrwegsystem. Und nach der Kaffeepause werden drei Vertreterinnen des Einzelhandels, der Logistik und der Industrie innovative Beispiele für verpackungslosen Vertrieb und echtes stoffliches Recycling vorstellen und Gelegenheit zum Fragen stellen und diskutieren sollen sie natürlich auch ausführlich haben. Die Beispiele, die hier versammelt sind, repräsentieren die Avantgarde der Abfallvermeidung, glaube ich, kann man sagen, und des verpackungslosen Kaufens und Verkaufens. Noch sind Nullmüll und konsequente Mehrweglösungen Nischen in der abfallpolitischen Diskussion. Und da stellen sich natürlich die Fragen, wie ist mehr Mehrweg möglich? Wie kann es gelingen, der Abfallvermeidung tatsächlich die Priorität einzuräumen, die sie nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz zumindest theoretisch hat? Und wie kommen wir weg von der Wegwerfgesellschaft? Zu diesen Fragen wird am Schluss auch Silke Gebel noch einen kurzen Input geben. und dann können wir das nochmal ausführlich diskutieren. Ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich danken, zum einen Emily Florenkowski, die die Idee zu dieser Veranstaltung hatte und auch ganz viel geholfen hat, sie zustande zu bringen. Und ich möchte auch mich herzlich bedanken bei Solveig Bartosz und den anderen Mitarbeiterinnen im Böll-Team, die die Veranstaltung so wunderbar organisiert haben. Ganz herzlichen Dank. Ein kleiner Hinweis noch, diese Veranstaltung wird gestreamt, also man kann sie auch über das Internet verfolgen, um auch noch mehr Leuten außerhalb von Berlin, auch vielleicht in anderen europäischen Ländern, noch die Möglichkeit zu geben, sie zu verfolgen. Es wird immer nur der O-Ton gesendet, also die Sendung ist dann teilweise auf Englisch. Und nun wünsche ich uns allen eine spannende...